Herzlich Willkommen auf dem Alpenracing-Kanal, da der Kanal und der Name Alpenracing Stück für Stück immer mehr Bekanntheit genießen darf und wir mit unserem Kart Cup, dem Alpencup, auch immer größer werden, habe mir gedacht, ich werde kurz mal meine Person und den Verein Alpenracing vorstellen. Ich bin der Christian Neithardt, Obmann von Alpenracing, bin jetzt selbst auch gut, mehr als ein Jahrzehnt absoluter Motorsport-Fan, angefangen mit Simracing und das Verfolgen von diversen Rennserien wie der Formel 1 zum Beispiel und seit 2013 übe ich den Motorsport selber aus und das in Form von Kartfahren. Im Kartsport selber habe ich jetzt in den letzten Jahren bei diversen Leikart-Rennen, Meisterschaften teilgenommen und sehr viel, sehr wichtige Erfahrungen sammeln dürfen, auch in Form von meinem eigenen Kart-Team Kurvenfresser, wo wir auch bereits einige Erfolge einsammeln durften. Das jüngste Ereignis war letztes Jahr das Qualifizieren im Weltfinale, wo wir als Team auch sehr stolz sind, dass wir da teilnehmen durften. Ja, was ist jetzt Alpenracing? Alpenracing war grundsätzlich eher als Gruppierung gedacht, im Bereich Simracing hier organisierte Rennen zu veranstalten, nur hat sich hier für mich ziemlich schnell herausgestellt, dass ich hier meine Prioritäten ein bisschen ändern muss. Deswegen habe ich hier prompt Alpenracing zu einem Verein umfunktioniert und habe hier dann auch schnell die Sparte von Simracing auf Kartsport geändert. Auch hier war der Hauptgrund, dass ich jetzt mit meinem eigenen Kart-Team Kurvenfresser, wir sind auch immer größer geworden und da hat es dann langfristig gesehen einfach Sinn gemacht, das hier in diesem Bereich zu wechseln. Hat dann am Ende auch ziemliche Vorteile beim Management des Kart-Teams gehabt und ja, so waren dann eigentlich auch alle Beteiligten, auch teamintern, dann ziemlich zufrieden mit der Situation. Das, was natürlich dann auch hinzugekommen ist, dass wir seit letztem Jahr auch jetzt in enger Zusammenarbeit mit der Kartbahn Speed Arena Rechnitz einen Kart Cup gegründet haben, wie bereits erwähnt der Alpencup, wo wir dann auch selber eine eigene Leichkart-Meisterschaft haben, um hier Rennen zu veranstalten. Was ist der Alpencup? Der Alpencup ist nichts anderes als eine Leichkart-Meisterschaft, in dem man in mehreren Rennen in verschiedenen Disziplinen fahren kann. Mit der Kategorie, mit der wir letztes Jahr begonnen haben, war die Endurance-Klasse. Hier tretet man in einem Team mit mindestens zwei Fahrern bei einem mehrstündigen Rennen an. Das können zwei Stunden sein, vier Stunden. Also in der Saison hat man da mehrere Möglichkeiten, mehrstündige Rennen im Team anzutreten. Da es mir persönlich immer sehr wichtig ist, dass solche Rennen so fair und ausgleichend wie möglich ablaufen, gibt es bei dem Teamrennen einerseits zwei Gewichtsklassen. Das ist einmal 80 Kilo und einmal 90 Kilo. Bei den Boxen-Stops gibt es eine fixe Reihenfolge, die durch die Startaufstellung bestimmt wird. Da wird dann immer jeweils der Fahrer mit der Startnummer in die Box reingeholt. Und die Stintour beträgt hier pro Rennen immer ungefähr 40 Minuten. Und die Besonderheit bei den Boxen-Stops ist hier auch, dass wenn der Fahrer in die Box reinfährt, er an der Haltelinie halten muss, den Pass erdrücken und der nächste Fahrer ist schon quasi im nächsten Kart bereit und wartet dann einfach nur, bis der Timer runterläuft. Und bei jedem Boxen-Stop wird immer der Fahrer, die Gewichtsklasse und, ganz wichtig für die Chancengleichheit, immer das Kart getauscht. Da wir natürlich sämtliche Personen für solche Rennen ansprechen wollen, haben wir uns überlegt, dass wir mit zwei Leistungsgruppen fahren. Einmal Profi für die erfahrenen Piloten und einmal Hobby für die Gelegenheitsfahrer unter euch, die jetzt nicht so oft im Kart drin sitzen. Das wird so ablaufen, ähnlich wie in der Le Mans Serie. Das heißt, beider Leistungsgruppen fahren gleichzeitig das Rennen. Nur jede Leistungsgruppe wird dann am Ende separat gewertet. Das heißt, für die Top 3, für Profi als auch Hobby gibt es Pokale und Preise. Für diejenigen unter euch, die jetzt Teamrennen und lange Rennen jetzt nicht zusagen, gibt es auch eine Sprintkategorie, also quasi ein Einzelfahrerwettbewerb, wo man sich beweisen kann. Das läuft so ab, dass am Tag 3-4 Sprintrennen in einer Länge von 12-17 Minuten stattfinden. Und auch hier gibt es zwei Leistungsgruppen, also Profi und Hobby. Der einzige große Unterschied bei dieser Art von Rennen ist die Gewichtsklasse. Hier beschränkt sich das Gewichtslimit auf 85 Kilo. Neu dieses Jahr ist die Racing School, mit dem wir speziell junge Fahrer ansprechen wollen. Hier ist das Ziel, den jungen Fahrern Motorsportwissen wie Flaggenkunde, Verhalten auf der Strecke, Rennlinie und dergleichen zu vermitteln, damit sich jeder Fahrer Stück für Stück verbessert und am Ende mehr Selbstvertrauen gewinnt. In den Osterferien am 25.03. und 26.03. startet die Racing School das erste Mal richtig durch. Also wer Interesse hat, gerne anmelden. Das erste Juniorrennen in Form eines Teambewerbs findet am 7.04. statt, mit dem man sich mit entweder gleichaltrigen Personen oder, was auch möglich ist, mit Begleitpersonen als Team behaupten kann, um die Abläufe der Teamrennen besser zu verstehen und den dazugehörigen Teamspirit vermittelt zu bekommen. Ja, was kann ich am Ende noch sagen? Alpenracing ist auf jeden Fall ein aufstrebender Verein, der speziell mit dem Alpencup und dem dazugehörigen Kart-Team Kurvenfresser noch viel vorhat. Mit der modernsten Kartbahn Österreichs, die Speed Arena Rechnitz, haben wir einen starken Partner, mit dem wir unsere Qualitäten optimal ausspielen können und so Rennen veranstalten können, wo jeder auf seine Kosten kommt. Wir wollen alle Sparten von Personen ansprechen, egal ob Anfänger oder Vollprofi. Solange Spaß im Vordergrund steht und man sich unter einem fairen Wettbewerb messen will, dann ist man bei uns genau richtig. Die Infos zum Alpencup und den Verein findet ihr in der Videobeschreibung. Und was kann ich am Ende noch sagen? Danke fürs Einschalten und man sieht sich vielleicht auf der Rennstrecke. Danke und ciao!